The Rolling Stones kommen diesen Sommer nach Deutschland. Die britische Rockband hat eine erneute Europatournee via Twitter angekündigt. Die Steine rollen einfach weiter, heißt es in Anlehnung an den Namen der legendären Gruppe rund um Frontmann Mick Jagger. Man freue sich sehr, die sogenannte Sixty-Tour ankündigen zu dürfen. Der Startschuss fällt am 1. Juni 2022 mit einem Konzert in Madrid. In Deutschland stehen die Stones am 5. Juni 2022 im Münchner Olympiastadion auf der Bühne. Am 27. Juli 2022 folgt hierzulande ein weiterer Auftritt in der Weltinsarena in Gelsenkirchen. Weitere Stationen sind unter anderem Paris, Amsterdam und Mailand. Tickets für die deutschen Konzerte gibt es via Eventim ab dem 16. März 2022 um 12 Uhr. Die Rolling Stones gründeten sich im Jahr 1962 und zählen zu den erfolgreichsten Musikgruppen in der Geschichte der Rockmusik. Der Kern der Band besteht aus Sänger Mick Jagger und den beiden Gitarristen Keith Richards sowie Ron Wood. Zu ihren größten Hits zählen unter anderem die Songs I Can't Get No, Satisfaction oder Painted Black. Das von Sänger Mick Jagger und die Ausstellung sind bei 20. Juni 2020 Hampshire Untertitelung des ZDF, 2020